So Leute, herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen Ankündigungsvideo meinerseits. So, wie euch vielleicht aufgefallen ist, kommen in letzter Zeit nicht mehr täglich Videos, sondern nur noch so alle zwei bis drei Tage und so. Das liegt daran, hier sieht man es auch, sechs Tage, drei Tage, ein Tag. Das liegt daran, dass ich kein Videovorrat mehr habe und diese Woche noch überhaupt nicht dazu gekommen bin, aufzunehmen, weil ich ab dieser Woche eine Ausbildung beginne und daher nicht wirklich Zeit dafür finde. Ich bitte dies zu entschuldigen, ich werde am Wochenende, sofern ich Zeit habe, was ich auch definitiv denke, wieder viele, viele Parts aufnehmen, sodass ihr minimal alle zwei Tage, also alle ein bis zwei Tage auf jeden Fall ein Video bekommt. Gut, das bitte ich zu entschuldigen, dass zur Zeit nicht so viele Videos kommen. Nun ja, ich versuche mein Bestes und bald wird auch ein neues Projekt starten. Unterwegs in Büsteburg, wenn, äh, bah, zieht sich zur Zeit auch dem Finale zu. Ich weiß, das war kein korrekter deutscher Satz, aber mir fällt gerade nicht die korrekte deutsche Logik ein. Ja, die Parts sind durchaus sehenswert. Es wird, also, wir sagen, wir mal 70% des Spiels sind durch. Gut, und das neue Projekt, das starten wird, ist keins, wo hier drin steht. Das kann ich nämlich nicht mal reinschreiben, da fucking YouTube keine, ähm, nicht mehr als 1000 Zeilen hier zulässt. Aber wenn ihr mir das sich genauso ansieht, sind es, glaube ich, nicht wirklich 1000 Zeilen, aber naja, YouTube halt. Gut. Also, das war's dann von meiner Seite. Noch einen schönen, ja, Vorabend und ganz Abend. Ist ja erst 18 Uhr. Viel Spaß und, ja, wir hören uns dann in den nächsten meiner Videos. Vielen Dank fürs Anschauen. Tschüss. 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 Vielen Dank.